Erstmal an der Stelle bekommt ihr diese wunderschöne Folge. Die erste Hälfte dieser Folge ist leider corrupted, meine Freunde, weil mein PC sich einfach gecrashed hat. Guck mal, Bruder, du musst ein bisschen aufpassen. Weißt du, ich hab hier Kabel und so, Arkani, ja? Wenn wir zusammen Minecraft spielen wollen, dann musst du ein kleines bisschen aufpassen. Warte mal ganz kurz, Leute, wie mach ich das jetzt am besten? Ich muss die Kamera runter machen, ohne dass er aufsteht. Ihr könnt ihn auch sehen. Wartet. Wartet. Jetzt könnt ihr ihn sehen. Seht ihr zwar mich nicht mehr, aber ihr seht den Hund. Ah, guck mal hier, easy. Da, Leute, jetzt. Guck mal hier. So, und jetzt spielen wir zusammen Minecraft, okay, Arkani? Auf Ehre. Ja, so sieht's auf jeden Fall jetzt hier aus. Ist natürlich jetzt super nervig, dass leider der erste Teil der Folge weg ist. Aber mein Bruder hier und ich werden jetzt hier durchgrinden, Leute. So, so, wir brauchen das Chasing, richtig? Wir brauchen noch Reaktor, ne? Reaktor-Chasing. Hey, was ist los? Was ist los? Möchtest du dich anders hinsetzen? Ist so besser? Haben wir noch welche? Ne, ne? Ich hab grad welche gebastelt. Reaktor-Glass. Man kann das auch mit Reaktor-Glass machen, das weißt du, ne? Ja, aber die Leute haben gemeint, dann fängt dann zu lenken. Ah, schade, ich würd's nämlich eigentlich gerne sehen. Ja. Okay, lass nicht machen, lass nicht machen. Lass nicht machen, dann machen wir's nicht. So, dann fang ich jetzt schon mal an. Ich würd nämlich jetzt schon mal drüber rumbauen, ja? Ja, ja. Willst du jetzt so liegen bleiben, oder was? Der kleine Süßi, guckt ihn euch an hier. Hm, wie ihr das live enjoyt, der Ehrenbruder. Schaut ihn euch an hier. Okay, pass auf, ich chissel ganz kurz was. Wir bauen einen fetten Atomreaktor. Man merkt richtig, dass ihm langweilig ist. Er liegt so auf mir drauf, Alter. Richtig cute AF. Arkani, was ist dein Grind? Was möchtest du machen? Okay, jetzt muss ich hier irgendwie eine kreisrunde Form rausbekommen. Wie hier hängt, Alter. Ja, so richtig rund ist das dann nicht, ne? Aber egal, wir können's einfach so machen. Wie krieg ich denn jetzt hier ein kreisrundes Ding drauf, Alter? Dass wir hier ein richtig geiles Körnkraftwerk haben. Ist das deiner, ne? Das ist ein random Hund. Oh, ja. Aber jetzt krieg ich hier schon wieder Brain F***, Alter. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, vier. Okay, ich glaub, so mach ich's. Eins, zwei, ne, Moment, so ist es richtig. Eins, nein, das ist falsch. Äh, shit, da bin ich so hohl. Ist das so schwer für mein Gehirn gerade zu komponenten? Funktioniert das jetzt schon? Oh ja, guck mal. Ich glaube, es hat funktioniert. Der steht jetzt. Ehrenreaktor, oder? Ehrenreaktor. Und wie krieg ich da jetzt... Wie tue ich da jetzt den Waste raus und so? Activate Reaktor. Online, schaut das online. Was passiert jetzt? Hä? Hä? Jetzt stimmt's. Der macht 14.000 pro Sekunde. Und gefüllt ist es, warte, 2,5%. Das heißt, das Ding wird nochmal, äh, 20 mal so schnell. Ja. Also das macht dann... So insane stark, dieses Ding, Alter. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist es korrekt, Leute, oder? Schaut mal. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Jetzt ist es richtig, Alter. Oh, Junge. Huff. Brain f*** sein Vater, Alter. Das war aber jetzt echt, äh... Das ist andere unbefriedigend hier, Leute, an der Stelle. Ein richtig schönes Kernkraftwerk wird da dicker. Das sag ich dir. Oh, mein Fanrail. Ich kann auch ein Nebengebäude machen. Wenn du mir so ein Nebengebäude machst, wo du mir sagst, okay, da kommt dann das hier Lorium her. Können wir dir das reichen? 1, 2, 1, 4, 5. Kannst du mir noch eine Reihe weiter nach rechts machen? Jungen, Max wird seinen Augen nicht verklauben können, wenn er sieht, wie, wie abgelust seine, seine... Welcher Idiot hat er versucht, hier Echelogium zu brennen? Ne, ich habe aus dem das... Ach, Ingels gemacht, ne? Genau. Gut, Leute. Dann werden wir hier vorne sicherlich noch irgendwo ihren Bruder Glowstone drin haben. Die ganzen Seeds. Das ist so nett, dass immer wieder Seeds rauskommen. Auch Glowstone, Junge. Ich glaube, hier nehme ich sogar einen anders gefärbten Stein. Und zwar... Maybe... Wir lassen es den hier nehmen, oder? Der ist gut. Ähm... So, dann brauchen wir erstmal noch den hier. So. Das wird ein richtig geiles Atomkraftwerk, Junge. Wir bauen es ja auch nicht schön, weißt du? Wir können es ja auch schön bauen. Ich baue so richtig schönen grauen Klotz dahin. Ja. Damit Max richtig getriggert ist, Alter. Mein Gott, Alter. Dieser ganze Müll im Inventar. Ist der Kohle mittlerweile Müll für uns. Das stimmt, der Ding. Och, die DIA-Blöcke sind eigentlich Müll. Tatsächlich, ne? Ja. Hast du eine DIA-Essenz eigentlich gemacht? Ne, ne? Doch, auch. Ich habe auch eine DIA-Essenz. Aber ich glaube, das sind die DIA-Hühner, die so durchf***en, ne? Ja, ja. Die ist auch nicht angeschlossen, die DIA-Essenz. Gibt es nicht sowas wie ein Auto-Chisler, wo man das automatisch machen kann, Alter? Stressig hier. Komm, wie die weggesaugt werden, diese Sch***-Stones, Alter. E-Z-A-F sag ich immer. Sagst du? Sag ich immer. Wie oft sagst du's so? Gerade eben einmal. Aber ist ja schon eigentlich dann regelmäßig, oder? Ja, genau, eben. Sagst du noch regelmäßig? Yit-Joink und Yikes sind ja beim Wortschatz verankert, definitiv. Hast du schon mal damit irgendwie so jemanden drüber gucken lassen, der eventuell geguckt hat, ob du, na, geistig nicht ganz auf der Höhe bist, Alter? Tatsächlich, ja. Der hat gemeint, das ist alles in Ordnung. Der hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Der hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Der hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Alter, kannst du mir nicht erzählen, oder? Komisch. War das denn ein Arzt, oder war das irgendeiner seiner Familie einfach? Yit und Yikes sag ich dazu nur. Aber du hast ja ein Riesenproblem hast du. Wahnsinn. Krass. Ist eigentlich ganz geil, wenn die Ecke hier so raussteht, Leute, finde ich. Da sieht man, wie rough und industrial das hier ist, Leute. Wisst ihr, wenn das so an der Seite so ein bisschen hervorsteht, dann kann man sehen, da wird auch drin gearbeitet, da passiert was. Genau. Das ist ein Reaktor, wie wir ihn kennen. Ein guter Reaktor. Ein guter Reaktor. Na ja. Das hat auf jeden Fall einen Hintergrund, warum diese Reaktoren so geformt sind tatsächlich. Der Werner? Diese Kühltürme. Ne, es hat auf jeden Fall eine Kühlwirkung verbessert. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das ist. Ich habe das irgendwann mal reingezogen. Das hat irgendeinen Grund der verbesserten Kühleistung oder sowas, den ich aber jetzt nicht mehr ganz hinbekomme, zu referieren. Aber das hat auf jeden Fall irgendwie einen Grund gehabt. Wäre auch dumm. Also warum sollte man das sonst so bauen, ne? Oben wieder breiter. Ich mache es jetzt noch einmal richtig schmal und dann wird der nochmal oben richtig breit, Leute. Leute entspannt euch, entspannt euch. Der wird so nicht, der wird nicht noch weiter zugehen. Ich mache den jetzt nochmal oben so und dann geht der gleich wieder raus. Eins, zwei. Mhm. Also eigentlich verstehe ich jetzt schon wieder nicht, was hier los ist, Leute. Bitte Hilfe. Hä? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt gleich haben wir es aber. Warum ist das jetzt hier nur eins, zwei? Okay, das macht Sinn. Äh, jetzt so. Und das hier nochmal korrigiert. Und schon ist das wieder richtig, Leute. So. Das ist immer noch nicht richtig richtig. Das hier mit der Ecke wollte ich ja so haben, Leute. Dass die Ecke hier raussteht. Ich wollte, dass die Ecken hier rausstehen. Die drei. Das soll genau so sein. Guck mal. Das ist doch alles jetzt. Oh, damn. Warte mal. Hier ist drei und hier ist zwei. Warum ist das so? So. Dann haben wir hier zwei. Und hier. Jetzt ist es richtig. Jetzt ist es symmetrisch wieder, Leute. Jetzt stimmt's. Ja, das ist f***ing in meinem Kopf, Alter. Bros, Alter. Das ist echt, das ist echt insane hier, Junge. Das ist wirklich so. Das ist ein richtiger Brain f***ing hier mal. Ich muss mich hier richtig konzentrieren, Alter. Aber glaub mir, Romatra, wenn Max das sieht, dann ist es das wert. Dann wird er nämlich wieder richtig ausrasten. Allein, dass mein Hund eben mit mir gespielt hat, war schon, war schon ein geiler Tag. Jetzt schon gelohnt, Alter. Sieht das gut aus jetzt? Ist das alles hier korrekt? Das ist richtig so. Bei 21 Subs, dann sind wir bei 1800 wieder. Also, Leute. Auswärtigen Prime. Nutzt ihn, nutzt ihn. Wenn ich nutze, ist es selber schuld. Bin ich ehrlich. Auch natürlich bei Romatra gerne. Das ist natürlich Ehrensache. Äh, ja, hallo. Hallo, Maxifa. Ich muss doch ganz schnell ein Atomreaktor zu Ende bauen, ja? Ja. Guck mal, mit Minecraft. Da findest du, es sieht aus wie ein Atomreaktor, was ich hier mache? Ich kann das gerade nicht sehen. In der Runde. Wie, du bist mit in der Runde. Maxifa, äh, dich betrachtet. Spielst du etwa kein Minecraft gerade? Fortnite spielen? Ja. Bist du halt gut oder nicht? Äh, ich hab sechs Kills und zusammen haben wir zwölf und das Leben noch. 30. Das ist schon ein guter Start, oder? Ja. Romatra, warst du das letzte Mal so gut? Ich war nie so gut. Schade, oder Maxifa? Maxifa ist immer so freundlich, Leute. Ist immer so nett einfach. So, Leute. Guckt mal. Das muss nicht überhaupt eine normale Kiste. Das funktioniert doch hier auch wunderbar. Ähm, ich würde sagen, Leute, das sieht doch schon mal ganz geil aus, oder? Das sieht mir auch. Machst du jetzt noch einmal breiter. Mit einem anderen Abschluss da oben allerdings. Und zwar mit, ähm, eine Schicht noch. Ja, glaub ich auch. Eine Schicht noch mal breiter. Ich würde dafür, dass ich hier ein bisschen einen anderen Stein wählen. Irgendwas Schwarzes oder sowas. Eins mehr hiervon machen wir noch. Ja, ihr habt recht. Eins mehr hiervon. So. Der Wand ist so ein geiles Gerät, Alter. Wirklich. Geil! Das ist echt fast wie Creative Mode. Geil. Jetzt mach ich da oben noch einmal einen schwarzen Rahmen drum. Und dann haben wir hinten Atomkraftwerk stehen auf Ehre, Alter. Stark. Schwarzen, schwarzen Block. Irgendwas schönes. Tyrion. Wie kriegen wir das? Chiseling. Tyrion. Wie kriegen wir denn Tyrion hin, Leute? Obsidian. Obsidian könnten wir natürlich machen. Wie sieht denn Obsidian? Kann Obsidian Chiseling? Haben wir davon überhaupt genug? Ja, Obsidian haben wir auf jeden Fall genug, Alter. Obsidian. Na, sieht nicht so geil aus. Ich brauche irgendwas schwarz, Leute. Kohleblock, maybe. Lass mal ein paar Kohleblöcke machen. Kann man Kohleblöcke schisseln? Ja, Leute. Das ist es, was ich gesucht habe. Hier ein Kohleblock. Gechiselter Kohleblock. Das ist doch Ehre, Alter. Dann nehmen wir ein ganz, ganz smoothes Ding. Das war das hier. Macht ja auch Sinn, Leute. Weil Kohle ist ja auch ein Energielieferant. Von daher. Ich glaube, Kohle ist gut. Kohle ist gut, Leute. Kohle ist cool. Black Concrete hätten wir nehmen können. Ja, ich weiß. Aber jetzt nochmal Concrete herzustellen, Leute. Ich will das jetzt fertig machen. Das wird trotzdem geil aussehen. Alter, sieht lässig aus, muss ich sagen. Sieht lässig aus. Ja, freilich, der Herr. Dann spawnt hier auch nichts an Mobs, glaube ich. Nee. Das ist komplett unmöglich, dass hier irgendwas spawnt. Gibt es irgendwie einen Block, Leute, der Rauch macht? Sowas wie ein Smoker-Block oder so. So wie ein Lagerfeuer quasi in normalen Minecraft. Gibt es hier so einen? Das wäre natürlich geil. Perfekt. Hat genau gereicht. Sau geil. Lagerfeuer. Ja, Lagerfeuer gibt es halt nicht. Weil, ähm, Campfire haben wir halt nicht, Leute. Wir könnten halt oben, wir könnten halt Dinge ins reinmachen, wa? Copweb, ja. Copweb ist eine Möglichkeit, finde ich aber nicht so geil. Das sieht immer so nach... Ich finde es eigentlich geiler, wenn oben Partikel rauskommen. Nazareg ging er auch, aber der wird halt immer wieder gelöscht, natürlich. Ist auch super nervig. Partikel-Customizer. Gibt es den? Smoke-Only. Partikel-Customizer. Wenn man natürlich jetzt da oben eine fette Cloud draufsetzen könnte, wäre das natürlich geil, Alter. Oh, der Max hat so verloren. Wir machen 28.000 RF pro Tick. Wie viel macht der? Lass mich kurz nachschauen. 15.000 oder so. Wir machen 28 pro Tick. Er macht... Ja gut, das ist gerade Nacht. Moment. Ne, wir nehmen trotzdem den Nachtwert. Just, just, just to f*** him up, weißt du? Unser, unser Ding läuft halt nachts auch weiter, weißt du? Ach so, das stimmt. Ah, seins ist tatsächlich wirklich nicht sch***. Es macht 23.000. Tja, trotzdem sind wir besser. Erstens sind wir besser, zweitens haben wir nicht das komplette Projekt dran gearbeitet. Sind wir auch durch mit der... Ist es bei 100% jetzt die Auslastung? Ne, ne, ne. Das kann wahrscheinlich noch mehr werden. Wir sind gerade mal 5% voll. Das füllt sich jetzt halt langsam. Lola, Alter. Ich denke wir werden wahrscheinlich bei 25, 26, 600.000 RF pro Tick machen. Also Romatra, schau dir den Kühlturm an. Warte? Guck mal. Geil, Alter. Oder? Ja, gefällt mir. Leute, schaut es euch an, Alter. Guck es dir an, dieses Atomkraftwerk, Romatra. Oh. Junge, Alter. Sexy. Können wir es auch dampfen? Oh, von oben sieht es ja auch geil aus. Partikel. Partikel Customizer. None. Smoke only. Crushed Coal. Oh, lol. Das ist ja easy. Coal Powder. Ja, aber ich mach rechts, kein Ding. Kann ich jetzt einfach rechts klicken? Wie setze ich diese Partikel ist, Leute? Wie, wie geht das? Partikel Generator. Darkonic Evolution. Machen wir einen. Wie funktioniert dieser Partikel... Digga, also, was muss ich hier machen? Das ist doch ein Partikel Generator. Achso, der macht keine Partikel. Achso, okay. Der macht irgendwas anderes. Kernkraftwerk Zeichen. Ja, warte mal. Das Atomkraftzeichen. Warte mal. Wie geht das nochmal? Das sind diese drei Striche, ne? Mal gucken. Weißer Wasserdampf. Ja, ich weiß. Aber wie kriege ich weißen Wasserdampf hin, Leute? Das ist ja das Ding. Es gibt halt leider keinen Block, der sowas, glaube ich, generiert. In diesem Modpack. Das ist natürlich schade, ja. Aber man kann es halt nur so ungefähr machen, Leute. Also, das ist so irgendwie das Radioaktivzeichen. Ja, ne? Irgendwie sowas, Alter. Guck mal. Also, nicht ganz, aber man kann es erahnen, ne? Ne. Clouds aus dem End. Oh, damn. Ihr seid gut. Oh, sorry. Nee, ich weiß. Ich muss nochmal umändern, Leute. Ja, es ist also, man kann es erahnen. Ja, ich ändere das. Ich ändere das nochmal, Leute. Aber nur mit ganz viel Fantasie kann man es erahnen. Wir haben jetzt 73.000 RF pro Tick mit dem, was wir hier haben, Baby. 73.000. Die gehen nochmal ins End und holen wir noch ein paar. Mehr als das, was Max macht. GG. Das war mein Ziel. Ja, das war das Ziel. Einfach mehr als Max. Innerhalb von einer Stunde. Mann, Max ist so schlecht in dem Spiel, wirklich. Ne, sag dir mal, es ist so richtig gut. Wisst ihr, was ich meine? Will Talk, Max ist kein bisschen gut in dem Game. Gar nicht. Ne, überhaupt gar nicht. Ansatzweise. Gar nicht. Ein bisschen. 730.000. Ne, ne. Oh nein, ich verhunger rum. Im End. Ah. Hunger. Ah. Gib mir Brot. Ah. Kommt doch nicht normalerweise Wasserdampf raus. Ja, Leute. Das ist halt ein dreckiger Wasserdampf. Wir haben leider keine weißen Wolken. Das sind die einzigen, die es gibt. Die schönste Wolken, die ich je gesehen habe. Fresse, Mann. Bin ich fertig hier. Assis. Na, Leute. Guck mal hier. Boom. Unser Atomkraftwerk steht, Alter. Let's go. Oh, geil, Alter. Sieht sich aus. Ach, du hast die Klauze aus dem End geholt. Ja, ja. Leute, es ist mega, mega nice. Es ist mega nice. Vor allem dieses Atomkraftwerk. Uff, Alter. Wie schnell das jetzt ging. Nebenan kommt noch ein kleines Gebäude dazu. Und dann, meine Freunde. Holen wir noch zwei, drei Fortaduins und dann muss ich mit meinem Hundi nach Hause. Uh. Ach, geil. Ja, gut. Ja, gut. Uff,า Auf. Ach, missiles. Yeah. Bye.